In der ganzen Welt ist es ruhig geworden und von den Athleten ist noch etwas Geduld gefragt. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und darum kann ich kaum erwarten, mehr auf den Weg nach Luzern zu machen. Ich freue mich sehr, dass die Winteruniversalte im Dezember 2021 verschoben wurde. An dieser Stelle, dem ganzen OLKA, ein riesen Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz und die grossartige Arbeit. Es wird ein mega cooler Event. Ich freue mich sehr, euch alle ins Luzern zu sehen und bis bald!